Google Analytics ist ein extrem gutes Tool, wenn es darum geht zu erfassen, was auf der eigenen Webseite tatsächlich so passiert. Allerdings ist es so, dass nur weil Google uns für die Leistung keine Rechnung schreibt, das nicht bedeutet, dass wir nicht in irgendeiner Form dafür zahlen müssen. Und wie das bei Google so üblich ist, zahlt man meistens in Form von Daten oder Informationen dafür. Das zeigt sich ja dann schon an der Tatsache, dass wir Google Analytics hinter unserem Cookie-Banner verstecken müssen und dass sofern jemand dieser Leistung oder dieser Erfassung, dieser Statistik nicht zustimmt, die Daten des Nutzers überhaupt gar nicht erst erfasst werden. Man könnte jetzt natürlich hier beispielsweise in den Statistiken, das ist jetzt hier der Real Cookie-Banner, sich genau anschauen, wie viele Nutzer denn die Services abgelehnt haben und dementsprechend auch in den Google Analytics nicht erfasst wurden. Allerdings ist das auch ein bisschen umständlich und eigentlich nicht Sinn der Sache. Hinzu kommt, dass ein Großteil der Website-Betreiber, die einfach nur einen Blog oder ähnliches haben, gar nicht auf diese tiefen Analysen von Google Analytics angewiesen sind. Das heißt, solche Dinge wie Retargeting oder eine detaillierte Auswertung des Nutzerverhaltens und so weiter sind meistens nur dann erforderlich, wenn man wirklich ein richtig großes Business hat, einen Shop betreibt etc., selber mit Google Ads arbeitet, also Google AdWords bezahlt, um die eigenen Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben, dann sind diese Details und Statistiken wirklich auch in der Tiefe erforderlich. Aber für die meisten sind das einfach Dinge, die nicht benötigt werden. Und für diejenigen, die sagen, okay, ich brauche das alles nicht, ich möchte auch nicht meine Information oder auch die Information meiner Kunden an eine dritte Stelle weitergeben, die haben eine Alternative und die möchte ich hier heute mal etwas näher vorstellen. Und zwar heißt diese Alternative Independent Analytics und die heißt sogar Google Analytics Alternative für WordPress, denn genau das ist dieses Tool auch. Wie es genau funktioniert, darauf werde ich gleich nochmal eingehen. Jetzt werden wir es erstmal gemeinsam installieren und dazu rufe ich mir mal meine Seite Webgeneral auf. So und bevor ich jetzt hier das Plugin installiere, werde ich erstmal meinen Google Analytics Code von der Webseite entfernen. Es macht vielleicht Sinn, zuvor nochmal einen Speedtest durchzuführen. Ich mache das jetzt einfach nur mal bei Google Page Speed Insights. Gehe hier auf Analysieren. Denn es ist ja so, dass so ein Plugin etwas mehr Code auf die Webseite knallt, als dieses kleine Google Analytics Meta Tag. Das bedeutet natürlich, dass man eventuell auch einen kleinen Performance Rückgang akzeptieren muss. Was Google Page Speed Insights betrifft, ist dieser mobile Wert hier unten eigentlich der einzige, der mich wirklich interessiert. Der liegt jetzt hier bei 92. Das können wir uns schon mal merken. Und im Anschluss gehe ich zurück auf meine Webseite und entferne als allererstes das Google Analytics Meta Tag. Und da ich das Cadence Team verwende, habe ich das Meta Tag hier über den Customizer und der Custom Scripts eingebunden. Hier ist es auch schon. Also nehme ich das jetzt hier runter. Lösche das raus. Dann gehe ich auf Veröffentlichen. Im Anschluss geht es zurück ins Dashboard. Hier geht es dann auf Plugins, Installieren. Und hier suche ich mir dann das Plugin Independent Analytics heraus. So, das hier ist das Plugin, das wir brauchen. Das ist sehr gut bewertet. Gibt auch schon ein paar Installationen. Vor kurzem erst wieder aktualisiert und kompatibel mit meiner WordPress-Version. Also gehe ich auf Installieren. Und das Gute an dem Plugin ist, dass man eigentlich gar nicht mehr viel machen muss. Das muss nur installiert werden. Und dann macht es eigentlich auch schon seinen Job. Logischerweise muss man es noch aktivieren, sonst funktioniert es natürlich nicht. So, die erste Warnung hier, die kann ich wegklicken. Das ist die des Real Cookie Banners. Und hier gibt es jetzt ein kleines Pop-up von Independent Analytics. Und da steht, du bist nur noch einen Schritt entfernt. Schließe jetzt die Independent Analytics Aktivierung ab. Und da klicke ich drauf. So, hier kann ich jetzt mit der Übermittlung einiger meiner Daten an Independent Analytics zustimmen oder auch das Ganze überspringen. Das werde ich jetzt erst mal tun. Und im nächsten Schritt habe ich hier schon eine komplette Grafik mit Statistiken und so weiter vor der Nase. Und da ich das Tool ja hier auf dem Webgeneral gerade erst installiert habe und damit logischerweise noch keine Auswertung vorliegen oder Statistiken vorliegen, gehe ich jetzt mal wieder zurück zu dem Food-Blog. Und dann können wir uns das Ganze mal genauer anschauen. Hier klicke ich jetzt erst mal das Dashboard an und dann zeigt sich hier auch schon so ein kleines Dropdown. Zumindest, wenn man hier oben in der Ansicht die Analyse-Dienste aktiviert hat, dann hat man hier immer so ein kleines Infofenster mit groben Analytics. Das reicht natürlich nicht aus. Deswegen geht man am besten dann hier auf Open Dashboard. Und hier zeigt sich dann direkt, was das Plugin denn alles so kann. Ich scrolle mal hier so ein bisschen nach unten. Hier werden mir jetzt die letzten 30 Tage angezeigt. Man sieht also, hier hatte ich das Plugin installiert und hier werden mir jetzt in dem Chart die Besucher und die Views angezeigt. Ich könnte auch noch die Sitzung mit hinzunehmen, dann hätte ich hier noch so einen dritten Chart. Allerdings interessiert mich das persönlich nicht so wahnsinnig, deswegen habe ich das rausgenommen. Und hier unten sehe ich dann weiter, dass ich nochmal eine Auswertung habe, wie viele Besucher, wie viele Views und so weiter ich auf vereinzelten Seiten, Beiträgen, aber auch Custom Post Types und Kategorien meiner Webseite habe. Und man sieht, dass man auch zusätzliche Daten zur Verfügung gestellt bekommt, wie zum Beispiel Viewdauer, Absprungrate etc. Also es ist schon ein sehr, sehr gutes und informatives Analyse-Tool, was man hier hat. Logischerweise könnte man jetzt hier nochmal ein bisschen weiter durchfiltern, also die letzten sieben Tage sich anzeigen lassen. Das wäre vielleicht hier interessanter, weil ich da auch tatsächlich Daten erhoben habe mit diesem Tool hier. Zusätzlich kann man sich hier auch noch weitere Informationen abrufen. Ich möchte dazu erstmal wieder die vergangenen 30 Tage anzeigen lassen. Ich finde auch hier die Darstellung mit diesen beiden Kalendern, die grafische Darstellung, also die gesamte Benutzeroberfläche des Plugins gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde jetzt erstmal wieder die 30 Tage hier anwenden. Und hier unter dem nächsten Reiter könnte man sich jetzt die Referrer anzeigen lassen, also Drittanbieter oder Plattformen, die Nutzer zu unserer Seite weiterleiten. Und wenn ich da jetzt mal draufklicke, dann sehe ich ganz genau, welche Besucher und welche Klicks aufgrund von Empfehlungen zu meiner Seite oder auf meine Seite gefunden haben. Und wer denn die Empfehlungsgeber tatsächlich sind. Die werden hier nämlich aufgelistet. Und auch dazu gibt es dann natürlich wieder alle Informationen, die man so benötigt. Das Ganze kann dann hier noch zu anderen Zeiträumen ins Verhältnis gesetzt werden. Und im nächsten Schritt hätte man auch nochmal die Möglichkeit, sich die geografischen Besucherquellen aufzurufen. Welche Überraschung, dass Deutschland hier den Großteil der Website-Besucher auf einem deutschsprachigen Blog darstellt. Aber wie gesagt, auch hier hat man die Möglichkeit, sich nochmal über geografische Besucherquellen zu informieren. Und hier unten findet man dann nochmal die prozentualen Anteile etc. Also hier genau unter den Views. Also alles in allem kann man sagen, dass es wirklich ein gutes und übersichtliches Analyse-Tool ist, das man kostenlos nutzen kann. Jetzt wäre es nochmal interessant zu erfahren, was mich das denn an Performance kostet. Denn wie gesagt, dieses Plugin ist natürlich etwas schwerer als so ein kleines Meta-Tag von Google. Also machen wir doch einfach nochmal einen neuen Test und schauen uns nochmal an, was ich an Performance opfern muss, um dieses Analyse-Tool nutzen zu können. Ja, man glaubt es ja kaum. Also nach diesem Test ist es sogar noch schneller geworden. Also werde ich Independent Analytics jetzt auch in meine Performance- oder Page Speed für WordPress-Playlist mit aufnehmen. Also wie gesagt, man kann damit auch seine Performance der Webseite steigern. Alles in allem ein cooles Tool. Ich nutze das jetzt auf gewissen Webseiten, auf meinen Blogs, wo ich diese ganze Tiefenanalyse von Google Analytics nicht benötige. Ohne irgendeinen Stress mit Google-Fonts oder DSGVO-Geschichten zu haben. Und wir sehen uns dann in Kürze beim nächsten Video wieder. Ciao.